hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde von northern tale 3 ich gehe gleich sofort rein und gucke mal wir sind bei dem level 26 angelangt das könnte man gerade selbst lesen das würde ich eh nicht fertig bekommen wie ich das hier kenne bis ich fertig gelesen habe ist es weg so zerstört zwei felsen des bösen hilft dem wassermann und repariert repariere eine statu das ist hier unten was brauchen wir denn dazu okay ich bin hier hier habe ich eine goldmine da drüben habe ich eine goldgrube da ist das druidenzelt wo habe ich denn eine werkstatt da kriege ich nahrung lustig da bin ich mal gespannt wie das so läuft dann fangen wir mal an das war gerade meine katze ich glaube ihr habt sie gehört weil sie doch ein bisschen gegend hat gerade eben direkt ins mikrofon i'm sorry ich mache hier das lager gehe ich jetzt zuerst hier runter ich weiß noch nicht genau wie ich das mache ich vorhin gesehen meine gute guck mal hier ist übrigens der hammer den hammer hammer schon mal und schild und helm hier brauche ich sehen okay dann gehen wir gerade mal runter da können wir auch rein tja ich brauche ein bisschen erz würde ich mal so sagen wäre eine option hier haben wir uns ein rollo na gut äh wie komme ich denn eigentlich da rüber äh gerade ein bisschen gucke ich gucke hä wie moment ähm kann komme ich hier rüber oder ne 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 ah ok ich gucke grad ein bisschen komisch glaube ich ne 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 so ne 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 Ich mach mal die Miene hier. Das können wir ja gerade mal aufladen. Wir sind ja gerade mal so am Anfang. So, und da, tja, der Verlust der Werkstatt schmerzt mich schon ein bisschen, muss ich gestehen. So, das, okay, wir bekommen ein bisschen Erz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, gut, okay. So, hier bekomme ich Erz, hier bekomme ich Nahrung und ich muss, äh, ich muss, ähm, auch hier drüber. Ich brauche ein bisschen Nahrung. Ein bisschen Nahrung wäre sinnvoll. Äh, Mist. Ähm, äh, hier, das, da korrig ich ja auch noch ein bisschen Nahrung. Ach, du meine Güte. Okay. Ähm. Und dazu gebe ich Gold. Und, äh, das wird lustig. Hm, das wird echt lustig noch. Ähm, echt ein gutes Spiel. Also, ich muss wirklich, wirklich immer strategischer im Grunde hier vorgehen, um, ja, um Gold zu bekommen. So, hier oben, mhm, nützt mir noch nichts. Ich mach mal, dann haben wir wenigstens Gold. So, ja. Gut. Na, die einen nehmen wir auch gleich mit und das nehmen wir dann auch mit. So, wie viel brauchen wir da? Drei haben wir. Hm. Das machen wir so zum Schluss, denke ich mal, ne? Ähm. Das wäre einfach mal sinnvoll. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen, äh, ja, das zum Beispiel. Und da habe ich auch noch ein bisschen was. Was war denn das jetzt? Zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's nicht, ich hab's akustisch, äh, ich hab's nicht so gesehen irgendwie. So. Ähm. Komm, komm, bring mal. Zehn, dann sind's zwölf. Und dann sollte es mir reichen. So, genau. Es sind schon einige Brücken hier. Und durch die Brücken. Durch die Brücken. Kostet's mir auch ein bisschen Erz. Und weil ich kein Erz habe. Das war jetzt Gold. Na toll, Gold brauchen wir nicht. Also ich meine, ah, Moment, wir haben 30. Und dann schicke ich mir doch mal, gib mir doch mal hier was von. Weil mehr als 30 macht er ja nicht. Das wäre dann verbraucht. Also ich meine, oder? Das wäre dann verschenkt, so quasi. So. Das Gold. Und dann und wieder hier runter. Zum Rollo gehe ich auch gleich mal. Hol diesen Rollo mal raus. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Nahrung ist echt knapp hier. Muss ich echt sagen. Was will er auch Nahrung haben? Da diese Statue ein bisschen. Na gut. Soll er haben. Soll er kriegen. Ich bin bereit. Das haben wir. So. Ich, ähm. Ich hol noch einen Wikinger, weil das geht mir gar ein bisschen langsam vorwärts. Ja. Rollo kann... Den müssen wir erst freimachen. Natürlich, klar. Sonst kann ich nichts machen. Gut. Das ist in Ordnung. Zwei Brücken habe ich noch. Mein Gott. Zwei Brücken. Äh. Okay. Ähm. 2000 Einheiten Gold. Jep. Das habe ich geschafft. Ich hole mir noch mal ein bisschen Nahrung. Die Nahrung ist echt knapp. Ja. Genau. So. So. Ja. Genau. Nahrung ist echt knapp. Die beiden. Und ich hole mir gerade noch mal ein bisschen Erz. Ähm. Mache ich das selber? Ah. Das kann ich doch machen. Ich hole mir noch einen dritten. Und dann mache ich das gerade hier. Wenn ich das doch schon hier rumstehen habe, oder? So. Und dann. Zack. Ja. Nahrung. Super. Das war es, was wir gut auch brauchen können. Das passt. Einmal frei. Super. Da unten haben wir das geschafft. Einmal die Miene können wir noch betätigen. Und das hier, ne? Das hier noch freiräumen. Mach, 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 mach. Kommt, kommt, kommt. Ich glaube, es ist noch, oder? Drei. Gehen wir erstmal runter. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Muss ich mal wieder besorgen gehen. Guck mal, da ist zwar das Schild, aber da ist kein Hamster hinten drunter. Drei. Drei. So, jetzt. Ich brauche Nahrung. Nahrung. Nahrung, Nahrung. Komm schon. Und nochmal. Nahrung. Und dann hole ich das hier auch gleich mit. Ich hole mir nochmal einen dritten. Oder? Öh. Ich habe schon nicht gebraucht. Ich hole nochmal Nahrung. Brauche ich ja acht hier. Äh, ja. Und hole mir gleich nochmal Nahrung. Und das da. Achso, dass Wassermannrolle benötigt. Was? Rolle benötigt. Ja, hier haben wir doch. Achso, wie ich. Der will auch noch was haben. Ähm. Na, das wird ja lustig hier. Das wird ja lustig. Ne, das kriegen wir noch hin. Sollte jetzt kein Problem sein. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Also, von daher. Äh. Benötigt elf. Okay. Äh. Dann mache ich erstmal das hier oben. Dann könnte es doch ein bisschen knapp werden. Äh. Äh. Juhu. Das hier brauchen wir nämlich auch noch. So, das haben wir aber jetzt geschafft. Ähm. Habe ich das nicht vorhin angeklickt gehabt? Ähm. Okay. Jetzt brauche ich. Ach. Mist. Ich brauche also einmal hier zehn. Zehn. Und hier brauche ich fünf. Zwanzig. Doch. So. Das hole ich mir gerade. Toffe. Was auch immer es wird. Ich kann es gebrauchen. Ähm. Achso, hier. Das da. Okay. Gut. Nahrung. Es wird echt jetzt dann doch knapp werden, schätze ich mal. Äh. 200 Bären gesammelt. Weil ich brauche zehn Nahrung und zehn Gold. Und hier brauche ich nochmals das da. So. Das habe ich geschafft. Aber ich brauche... Ah. Da. Drei. Zehn. Zehn. Und das habe ich jetzt aber nur sieben. Oh. Mano. Ich muss das nehmen, ne? Es bleibt nichts anderes übrig. Dann habe ich das wieder nicht geschafft. Und was wäre mein Tipp hier? Ich weiß es selber nicht. Ah. Oh. Es hat noch gelb geblinkt. Und jo. Und ich hab's. Ja. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Supi. Ich hab noch drei. Das war knapp. Auf die letzte Sekunde. Und eins. Zwei. Drei. Yippie. Juppa. Das war echt knapp. Okay. Na. Dann. Okay. Ähm. Ja. Für heute sage ich erst einmal tschüss. Und goodbye. Und goodbye. Und ich freue mich, wenn du wieder das nächste Mal mit hier reinschaust. Bei mir. Sagi. Night Owl. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.